Wir haben inzwischen Erfahrung über 30 Jahre Meerwasser-Aquaristik mit Korallen. Mein Name ist Hannes Kirchhauser, ich bin der Leiter des Vivariums seit 30 Jahren und maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Meerwasser-Aquaristik bei uns funktioniert. Das Meerwasser ist das Grundelement unserer Tiere, vor allem auch der empfindlichen Korallen. Und so ist es essentiell wichtig für das Gelingen der Meerwasser-Aquaristik bei uns, dass dieses Salz, das verwendet wird zur Herstellung des Meerwassers, auch eine hohe Qualität hat. Damit können viele Probleme vornherein schon mal bewältigt werden, die ansonsten zu unlösbaren Problemen werden können. Die Korallen-Aquaristik steht also bei uns ganz im Vordergrund. Da haben wir uns schon sehr früh eigentlich entschieden, nur noch auf hochwertige Meersalze zurückzugreifen. Da ist natürlich Tropic Marine die erste Wahl für uns. Wir arbeiten seit sehr vielen Jahren mit Tropic Marine und sind sehr zufrieden damit. Auch bei unserem Neubau, bei unserem Projekt, das eine große Herausforderung darstellte, 240.000 Liter mit lebenden Korallen, war uns eigentlich ganz wichtig, dass die Salzqualität stimmt und damit war Tropic Marine für uns sofort auch wieder im Boot. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017